Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Für mich sind die Hauptaufgaben der internen Revision, Schaden vom Unternehmen fernzuhalten und für Erkenntnisgewinne zu sorgen. Schaden vom Unternehmen fernhalten kann man über verschiedene Arten und Weisen umsetzen. Zum Beispiel entweder als harter Hund, das heißt man passt wie ein Schießhund auf, ob etwas passiert. Und wenn man der Meinung ist, es sei etwas nicht in Ordnung, dann schlägt man sofort an und bellt. Und wenn man jemanden in flagranti ertappt, dann beißt man sich an dessen Hosenbein fest und lässt sich nicht mehr abschütteln. Eine andere Möglichkeit, Schaden vom Unternehmen fernzuhalten, ist mit den Revisionspartnern und Revisionspartnerinnen zu kooperieren und gemeinsame Erkenntnisgewinne zu erarbeiten. Betrachtet man diese Prüfungskategorien, die ich Ihnen in Podcast 231 vorgestellt habe, dann passt der harte Hund am besten in die erste und unter dem Aspekt hart in der Sache, freundlich im Ton eventuell noch in die zweite Prüfungskategorie, sicherlich aber nicht in die dritte. Umgekehrt ist eine kooperative interne Revision in der ersten Kategorie nicht möglich, da es dort keinen Kooperationsspielraum gibt. Wie Sie wissen, sind die Vorschriften in der ersten Kategorie nur schwarz-weiß ausgelegt. In der zweiten Kategorie, in der es schon deutliche Graubereiche gibt, ist Kooperation möglich, hat aber seine Grenzen. Großzügig im Kleinen und kleinlich im Großen in Kombination mit hart in der Sache und freundlichem Ton, umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ab dieser Kategorie, also ab der zweiten und in der dritten, kommt es sehr auf Ihre Wortwahl an. Hier besteht die Gefahr, dass Sie Widerstand bei Ihrem Gesprächspartner oder Ihrer Gesprächspartnerin erzeugen, wenn Sie als harter Hund auftreten oder in Ihrer Wortwahl zeigen, dass Sie Ihren Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin bereits vorverurteilt haben. Das kann zum Beispiel passieren, wenn Sie Verfehlungen projizieren und einen Sachverhalt vorschnell beurteilen, ohne für weitere Perspektiven offen zu sein. Was bedeutet das also jetzt? Sofern Sie nicht dauerhaft Prüfungen in ein und derselben Kategorie durchführen, was ich für ziemlich unwahrscheinlich halte, dann sollten Sie flexibel kommunizieren können. In gewissen Fragen und bei gewissen Themen werden Sie hart bleiben müssen. Allerdings müssen Sie in anderen Prüfungen Ihren inneren Pitbull zurückpfeifen können, um zu kooperieren. Und genau diese Fähigkeit, flexibel kommunizieren zu können, ist meiner Meinung nach eine der großen Herausforderungen für Revisoren. Denn jeder und jede von uns präferiert seine, ihm und ihr wesensgemäße eigene Art der Kommunikation. Um jedoch Ihr Potenzial voll ausschöpfen zu können, sollten Sie immer situationsgerecht kommunizieren können. Und dazu gehört auch die Prüfungskategorie. Erkennen Sie, wann Sie wie kommunizieren sollten? Wie gut gelingt es Ihnen, in Ihrer Kommunikation variabel zu agieren? Können Sie bereits die gesamte Bandbreite abdecken? Können Sie der harte Hund sein, wenn es angebracht ist? Können Sie großzügig im Kleinen und kleinlich im Großen in Kombination mit hart in der Sache und freundlichem Ton sein, wenn es angebracht ist? Können Sie kooperieren und gemeinsam mit Ihrem Revisionspartner und Ihrer Revisionspartnerin zu Erkenntnis gewinnen kommen, wenn es angebracht ist? Wenn Sie persönlich oder für Ihre Mitarbeiter Unterstützung wünschen, dann melden Sie sich gerne bei mir. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare zu diesem Podcast auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Tja, Xing schaltet ja leider die Gruppenfunktion zum Jahresende ab. Wenn Sie bisher diesen Weg genutzt haben und informiert bleiben wollen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, meine Newsletter zu abonnieren. Das geht über meine Webpage www.puhani.com. Dort werden Sie dann über neue Episoden, weitere Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden. Wenn Sie mir etwas mitteilen wollen, haben Sie die Möglichkeit, mir eine Mail zu schreiben an info-at-puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Ihnen ist es freigestellt, ob Sie Ihre Absende-Mail-Adresse angeben wollen oder nicht. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne unter Ihren Revisionskollegen und Kolleginnen. Vielen Dank für Ihre schönen Rückmeldungen und tollen Bewertungen. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017